Hey Oh, schau mal mal über den rechten Winkel Bam Willst du drei Schläge, können wir das toppen? Ne Ne Wie hat der denn da drei Schläge durchgeschafft, man? Das frag ich mich auch Weil dann da nach oben zu kommen ist ja schon Boah, wie willst du da nach oben kommen? Hmm You fail, ich dachte grad mein Ball ist dein Ball Hehehe Merken, ich Farbe blau Er Farbe rot Ja, ich bin der Gast Richtig So, und jetzt voll ne Pulle Och, na toll Neu Ich bin nicht viel besser, ich bin nicht viel besser, keine Angst Ok, jetzt noch mal Och, ey, es ist doch übelster Fail Wieso mein Wie zum gottverdammten Arsgeier Soll man da durchkommen? Mit Geduld Diese Spiel fördert Aggression, bei 15 Schlägen kann man nicht viel Geduld haben Ok, wie soll man das denn dann bitte jetzt Wie soll man da bitte hochkommen, frage ich mich Ähm Ja, das frage ich mich jetzt gerade auch Ach, der ist über oben Die hätten nicht da runter gehört, sondern da nach oben, wäre man schneller gewesen Hm Ja, wie soll ich da durchkommen? Kannst du das erklären? Das geht nicht Ich komm nicht mehr drüber Das ist scheiße Du kommst nicht drüber, du wolltest drüber Bis drücken dich diese Dinger ins Wasser Ja Jetzt bin ich zu weit hinten, das geht ja nicht anders Ja, blub Ja, das ist eine Bahn, die wir halt Jetzt einfach so spielen werden, die wir nicht schaffen können Wie der da mit drei Schläge durchgekommen wäre Ja gut, der ist von hier, der ist so über uns rausgekommen Dann hepp, hepp Na klar Ja, klar Aber von da unten kommst du gar nicht mehr raus, man Das schaffst du doch nicht, Alter Unmöglich gemacht Ich versuche mal hinten wieder rauszukommen Mit meinen letzten drei Schlägen Ich? Ja, toll Kannst du so oft dagegen kloppen, wie du willst, da kommt es nicht durch Keine Chance, man Dieser App bekommt für mich eine Null Wie ich heute nur Nulls vergebe Nee Ähm Bäm Ich hebe jetzt auch mal in der Gegend, aber nur weil ich es kann Ich mach Ich mach jetzt einfach mal ein bisschen auf da und dann Du kommst, ist ja schon dein letzter Schlag gewesen und meiner auch Bäm Jetzt war ich drüben Fast Okay Bester drei Schläge Okay, dann müsstest du nach oben Was ist heute los? Okay, bisschen verrechnet Diese gelben Dinger, wenn du da drauf liegen bleibst, portet dich das wieder zurück zum Start Ja, klasse Egal wo du vorhin lagst Okay Man liegt aber auch so entscharf da dran Ja, also da müsste man eigentlich jetzt mit dem nächsten Schlag eigentlich direkt durch so irgendwie Ja, aber du darfst mit dem gelben nicht liegen bleiben, weil dann hast du ein Problem Ja, scheiße Ach, der war nicht schlecht Ja, aber du bleibst in dem gelben liegen, du musst direkt davor Aaaaah Verdammt Der war gar nicht mal so schlecht Ja, du hast, bist du aus der Entfernung hast du viel, bist du viel zu langsam, wenn du ankommst Ja Mies Oh, das war fast zu fest Ich könnte durchkommen, aber dann fall ich ins Wasser Nein, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser Ich könnte es jetzt riskieren Diese Maps fördern heute Aggressionen Mhm Und wir nehmen schon wieder 18 Minuten auf, man Wow, 18 Minuten sind schon Ja, man, heftig Ich kann nur 15 Minuten hochladen, das heißt ich werde dieses Video schneiden müssen Aber das ist natürlich noch geiler Ja YouTube nimmt jeden Arsch, tut mir leid Das ist das Upload Limit Wem nehmen sie es nicht weg? Mir Und die saunen ins Wasser Okay, so, jetzt wird es spannend Mhhh Ah, verdammt Ja, das packen wir nicht mehr Nee, das ist übel zu fähig Wie viele Maps hier sind schon die erste, zweite, dritte Map, die wir nicht gepackt haben Oder ich zumindest nicht Bei dir sind es zwei Nee, bei dir sind es auch drei Ja, beide drei Oh, verdammt, das war Zu feste Oder, oder, oder? Ja, zu feste Das schaffen wir nicht Niemals Nee Unmöglich Stell dir vor, wir hätten noch Ballzusammenstöße ein Und zu gegenseitig noch wegdrücken Oh ja Okay, das wird jetzt riskant Nein, pack sie nicht Ja, toll, ich habe jetzt da noch einen Schlag, mit dem müsste ich ins Loch kommen Hm? Wie denn? Ich schaue mal, ich lege es direkt davor, ich schaue mal, ob ich mit voller Pulle durchkomme Ohhhh Ja Wer, natürlich Oh Gott, ist auch wieder keine Holy One Map Okay, irgendwas war da ein Bug Ähm, ja Okay Bis da wieder drei Schläge Wir werden sie wahrscheinlich wieder nicht schaffen Hm, nee Ich glaube nicht, es sei denn, man kommt da irgendwie jetzt so Oh, oh, oh Wow Okay Respekt Kollege Das könnte jetzt interessant werden Ja, vor allem, schau, wo ich lieg Genau in diesem geschwungenen Scheiß vom End drin Scheiße Okay, vier Schläge So, jetzt aber, ja Und Nein, verfehlt Verfehlt Scheiße Fünf Schläge Aber mit vier Schlägen wäre sie zu schaffen, ne Ja Nein Ah 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 Wir wurden beide am Loch verkackt Was war das denn? Es war zweimal, ich stand einen Millimeter neben dem Scheiß Loch Okay, wir gestehen es uns ein, wir haben echt keine Holy One Maps hier Okay, ähm Obwohl das eigentlich ausgewählt ist, ihr seid unsere Zeugen, hier All in One Nur All in One Dann bin ich da mal dran, ja Äh Okay Scheiße Ey, Mann Für'n Arsch Ach, ey, es ist doch kacke Oh ja So und, ach, fall doch nicht ins Wasser Ich, ach, wie ich halt viel zu langsam bin dafür So, da möchte ich nicht bleiben Ja, da ist schön Da ist sexy, da ist richtig sexy Was machst du denn da? Ich versuch da jetzt irgendwie rüber zu kommen So? Ja, genau so Ja, komm, fall ins Wasser, fall ins Wasser Nein Oh Keine Sorge, dafür komm ich da jetzt wieder nicht drüber Okay, ähm Wow Bopp Ja, da Jaa Bäh Und so Ach, der war gar nicht mal so schlecht phosphate, hätte noch einen solutions gefehlt okay das war ein bisschen zu tief fördert aggression toll das muss man erst mal können das ist kill meine freunde ich hasse diese map ich auch wenn er bei mir nicht unterlegen bleiben wird aber nein er läuft wieder nach oben oh nee nicht schon wieder rollt da nach unten und bleibt da unten so und ich schieße jetzt einfach mal ins wasser genau ja 16 vorbei ich bin nicht geschafft jeder zweite mal schon fast die wir nicht schaffen okay besser hat drei wieso machen und dann ja 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 ich wäre gerne auf den booster gekommen aber welche volle kanne in dem ding gelangen im sand ok jetzt muss ich da irgendwie die kante kriegen so nicht nein na was jetzt ok ok scheiße jetzt kriegst du die kante aber ja ich fühle mich langsam nach vorne ja 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 nein 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 playboy bugs ftv ich habe hole in one maps gewählt was ich habe zum selben winkel wieder zurückgestoßen auch gut wird man jetzt mache ich das aber langsam das geht ja noch ich will nicht wieder im selben winkel zurückfliegen damit gebe ich mich zufrieden und ich jetzt auch ja ich mich jetzt auch du weißt was ich kann und du nicht ich komme dadurch ja scheiße wenn ich auf dem sand spielen dann ist die kugel weg ne ne die ist nicht weg du bleibst in dem sand liegen du musst sie da halt wieder schwer herausplagen ja klasse dann schieße ich lieber ein bisschen so vorsichtig ich bin drin der wanner ist der weiß noch was bester sechsschläge das waren nur 0,64 prozent 0,0 64 prozent machte scheiße dann muss er hier in die da ein spielen dann da 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 ich hab eine idee ich hab eine idee jetzt habe ich hier das bloß nicht zuweiter yes da wollte ich liegen bleiben ok ich muss man einfach mal nein dann hänge ich hier ewig drin das geht ja gar nicht wobei wenn ich da hochspiel da hoch dann bin ich wir müssen alle diese dinger da hoch kloppen weil sonst kommen wir nicht durch. Guck mal, wir kommen dann da rein und das treibt uns dann immer ins Wasser. Achso, ja. Das erste ist durch. Okay. Wir müssen all diese Dinger da durchklappen, sonst haben wir keine Chance. Okay, das ist beschissen. Mit 15 Schlägen ist das aber auch asozial. Ich hätte auch mal einstein sollen. Kacke. Nicht getroffen. Vielleicht kriegst du es nicht. Ja. Schade. Dann kriegst du es Nächste. Jetzt musst du aber nochmal zurück. Ich mach da nicht deine Arbeit, Mann. Ja. So. Wow. Schwein gehabt. So, das gehört wieder dir, weil jetzt hab ich auch zwei, jetzt hab dann jeder zwei gemacht. Oh, jetzt darf ich da auch nicht so fest spielen, weil sonst fahr ich da hinten wieder am Spawn raus. Ach ja, stimmt, da sind da so... Durchlass Dinger. Einweg, durchlass Dinger. Nein, 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 nein. Oh Gott. Das gehört jeder sein, ne? Klasse, dann darf ich jetzt nochmal zurückspielen. Jeder hat zwei gemacht. Okay, das passt wenigstens. Ich hab Angst, dass ich da jetzt rausrutsche, wenn ich da rein spiele. Okay, so. Sind alle vier. Gut. Oh, oh, oh. Dann wird jetzt mal das beschissene Loch kommen, Mann. Ja, und direkt im Sonnens. Das sind auch von der Einweg-Durchlass-Dinger. Das ist auch kacke, ja. Jetzt kannst du schon schräg über die Kante spielen, jetzt müsste ich schon ausgehen. Nein, der spielt lieber vorsichtig. Oh, guck mich an! Gefäll! So, jetzt kann ich erst mal... ...gemütlich da durchrollen. Oh, ja. Ey, Natzen, oder was? What the fuck, Mann? Oh, mein Gott. What the fuck? Ich wollte gerade sagen, du hinkst an den Backlern, bist du jetzt im Wasser. Wehe. Ja, boi. Ja, Leute, ich hab mich auch verklickt. Nein, nein. Ich muss mit diesem Schlag jetzt da reinkommen. Ich komm auch mit diesem Schlag da rein. Scheiße. Und ich? Wetten nicht, will Ando wieder im Wasser? Nee. Du hast doch zwei vor dir. Wehe. Das gibt es doch nicht. Ey, die Nerven sind so assi. Ja, verdammt. Oh, mein Gott. Es sind 28 Minuten schon dran. 28 Minuten, okay. Dann sind das gleich zwei Parts. Das wären noch drei. Ja, bestimmt auch vier. Ja, 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 ja. Och, kacke. Ich bin ja so hoch. Boah, hat gut ausgesehen. Okay. Ich glaube, ich stehe sicher. Du kommst hier durch. Besten neuen Schläger 0,3% haben das geschafft. Ey, heftig. Oh, ja. Ja, das kann es knapp werden, dass ich da durchkomme. Ja? Schick, schick. Oh, scheiß Sand. Scheiß, was?